Es macht mich stolz, dass ich als Geschäftsführer und Mitinhaber des Ingenieurbüros für Bauwesen Kuschel-KMBA, kurz IKA, seit nunmehr fast 30 Jahren tätig sein kann. Unsere 40 Mitarbeiter arbeiten akribisch an der Errichtung von derzeit 14 Bauvorhaben, welche in der gesamten Stadt Berlin verteilt sind. Wir sind Unternehmer für Unternehmer und helfen unseren Bauherren, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Seit der Gründung der IKA im Jahr 1972 durch Herrn Werner Kuschel werden komplexe Bauvorhaben durch einfache systematische Vorgehensweisen zum Ziel geführt. Wir arbeiten hochflexibel, mit Herz und immer mit den Menschen. Das Gleichgewicht zwischen Bauherren und ausführenden Firmen auf Augenhöhe herzustellen, ist dabei stets unser Bestreben. Strukturiert die richtigen Dinge tun und die Dinge richtig tun, das ist unser Antrieb. Strukturiert die zettelung, das ist unser Antrieb. Und das ist unser Antrieb. Strukturiert die zettelungen, die cardboard Finanzen zettelungen, die sagt der Zollung.